ja noch zusammen da bin ich wieder mit meinem let's play zu empire und genau liebe freunde wir haben beim letzten mal tatsächlich hier wieder in dieser sehr 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 anstrengende mission und die letzte folge die war ja eine sehr außergewöhnliche folge über eine stunde lang und naja wir haben wir uns ja hier schon aufgebaut gehabt allerdings habe ich mal in ein video geguckt und da habe ich festgestellt dass wir jetzt erstmal holz brauchen weil dieses gebäude haben wir tatsächlich falsch aufgebaut leider und zwar müssen wir guckt mal müssen hier ganz hier unten müssen wir die sachen aufbauen deswegen habe ich auch noch den pause bildschirm gerade offen weil hier war ja auch am anfang diese ja was soll ich sagen diese lücke im kriegsnebel sag ich mal und da würde ich sagen ja probieren wir das doch einfach mal wir haben jetzt hier unsere drei bürger und die mit denen würde ich jetzt versuchen hier runter zu laufen das gebäude hier ist leider fehl am platz tatsächlich das heißt wir brauchen tatsächlich mehr holz da kommen jetzt nämlich schon die flugzeuge wie ihr seht und wollen uns hier nerven aber ich würde ich versuche mich jetzt ganz heimlich hier klamm und heimlich ja hier aufzubauen mit den drei bürgern tatsächlich weil ich möchte hiermit nichts mehr zu tun haben weil diese ganzen angriffen hier kommen die sind schon extrem krass muss ich sagen wir haben uns hier beim nächsten mal schon den weg durchgekämpft und ich hoffe dass das jetzt klappt wenn wir uns hier aufbauen wir brauchen einmal dieses teil danach brauchen wir einen tempel wir werden da oben wieder angegriffen von dem atom bombe ja das ist aber wie gesagt ich versuche das ich versuche dass mich hier unten aufzubauen einfach mal gucken ob sie es zulassen weil ansonsten müssen wir noch mal uns was überlegen ja hier kommt ansonsten müssen wir uns noch mal was überlegen aber ich denke das könnte dass das könnte ausreichend tatsächlich freunde wenn die hier und tatsächlich dicht angeschissen kommen dann haben wir tatsächlich unsere unser missionsziel freunde dann baut bitte danach noch mal eine raketenbasis ist echt doof dass die 2000 holz kostet verdammte kacke so aber wir brauchen ja nur wir brauchen nur zwei raketen basen wartet mal zwei raketen basen ein tempel und ein genau also das heißt wir brauchen nur noch eine raketen basis zur freunde und der krieg hier oben ja den lasse ich jetzt einfach mal so laufen so als ablenkungs manöver und ich brauchte jetzt nur noch dieses holz heute kommt bitte alle mit zum holz jetzt hier alle holz hacken alle holz hacken nein wer hat mich hier angegriffen und warum und wo ein bomber mist freunde mist okay er kommt tatsächlich hier unten angeschissen okay das ist jetzt natürlich mega blöd tatsächlich dass wir da zu wenig holz haben aber freunde aber aber ich würde gerne dann hier unten hin fahren mit denen ihr kommt bitte doch noch hier runter weil dann möchte ich bitte alle bürger die ich hier habe zum holz schicken los kommt freunde alle bürger zum holz alle holz abhacken jetzt hier damit war die mission endlich hinkriegen weil das ist wirklich nicht mehr feierlich hier so wie geht der krieg weiter ab das ist in ordnung die schiffe werde wenn werde ich hier unten hin tun für die u-boote nein hört auf darauf zu schießen einfach nur hier unten wache wache schieben so freunde und genau das heißt die ganzen bürger sind jetzt alle mit beim holz die gebäude einfach aufkommt danach bitte ein tempel da habe ich doch schon wieder ein u-boot gehört hier haha guck mal da da kaputt machen los kaputt machen das scheiß u-boot so freunde ja da sind wir wieder mit ein paar da ist noch ein boot da ist noch ein boot hier ach die maus die ist gerade ein bisschen hängt manchmal ein bisschen nach so warum schießt ihr denn nicht ich wollte sagen warum schießt ihr denn nicht so okay dann haben wir es doch schon ja oder was ist jetzt was ist jetzt haben wir jetzt was ist jetzt freunde wir sehen die map aber wir haben hier unten was aufgebaut aber wir sehen die ganze map aber naja wo schau dich das waren freunde was der hier alles hat aber irgendwas scheint da mit dem träger wieder nicht geklappt zu haben verdammt aber so kann es gehen so kann es tatsächlich gehen am besten hier direkt alle zum holz bitte alle hier zum holz und ihr könnt bitte direkt hier runter laufen und ich bräuchte dann mal drei fregatten die sich dann mal hier unten hinschießen so freunde es gibt es besteht tatsächlich eine chance dass wir die mission so schaffen so ach ja freunde hier bin ich wieder jetzt an dem sonntag abend bei empire schon klassisch nach einem sehr anstrengenden sonntag nachmittag tatsächlich weil ihr wisst ja ich bin ein brennender fußball fällen und meine manche nein was zu ja so viel zu dem small talk schaffen wir das jetzt überhaupt noch der hat daneben geworfen okay was ist der jetzt hier los sagt war wir werden angegriffen normalerweise vielleicht müssen wir ein bisschen abwarten hier das kann gut sein vielleicht müssen wir einfach die atombombe abwarten gut freunde ja wie gesagt für mich war der sonntag nachmittag sehr anstrengend weil ihr wisst ja ich bin fußballfan und naja sagen wir es mal so meine mannschaft ist so ein scheiß zusammengespielt ihr glaubt ihr werdet es nicht glauben aber na gut das gehört jetzt eher nicht hier rein wir spielen jetzt erst mal weiter hier bei die müssen die atombombe abwarten stimmt freunde atombombe abwarten hier weil die sind nämlich auf eine bürger angesetzt ganz genau da sind sie da sind sie schon okay aber die atombombe sind erst mal weg das ist schon mal gut freunde und ja ich würde das dann noch mal abspeichern tatsächlich nicht dass wir den schritt hier immer wieder machen müssen und das ist aber auch blöd nur dass die hier einfach nur sagen auf der insel hier uns verbreiten und nicht genau hier und hier unten an dem punkt das bin ich ein bisschen dumm gemacht aber gut freunde es ist halt so irgendwie und naja dann bürger dann braucht man bitte hier macht ihr denn da lasst doch in ruhe und jeder zeug so freude dann hoffe ich dass wir die sachen jetzt hier aufgebaut kriegen wir müssen nur die sachen kurz aufbauen tatsächlich okay dass das da oben ist mir das tatsächlich relativ egal wir müssen uns nur vor diesen treten urboten ja feilen gefeilt machen und mein gott jetzt macht das wort schneller das zeug hier auf dann haben wir auch schon genug holz seht ihr das so was haben wir jetzt hier es ist wieder der träger aber wartet mal was ist das jetzt hier bereitschaftspolizei von japan wo kommt die denn her sagt man okay ja gut da kommt auf jeden fall was nee da kommt nichts an okay ich finde das höchst interessant dass der dass der jetzt die ganze karte anzeigt finde ich echt interessant aber gut und es ist halt irgendwie so genau wir haben hier unterstützung das ist ja cool folge so und wenn die sachen dann fertig aufgebaut sind dann sollte es doch jetzt ausreichend haben wir es echt jetzt geschafft oder was weil warum zeigen wir uns die ganze hä warum denn warum denn freunde warum triggert da irgendwas nicht es kann sein dass ich die katzen nicht weg drücken darf aber das ist auch das wäre auch sehr merkwürdig muss ich sagen das wäre auch sehr merkwürdig freund so baut das ding auf da ist wieder ein u-boot aua na komm einfach ausweichen da der die torpedos die reichen aber auch so lange weit mehr unglaublich nein nicht das aber gott sei dank so alles klar das heißt wir müssen die gebäude nacheinander aufbauen ich verstehe freunde ich verstehe gut dann machen wir das ich darf diese cutscene dann auch nicht weg drücken die dann kommt die katzen dürfen wir nicht weg drücken weil sonst triggert es scheinbar dicht tempel so einfach aufbauen ihr wäsch ist doch nicht so schwer wir haben jetzt auch genug holz das hier oben nur noch die flieger übriger danke ja okay aber ich hoffe jetzt nicht dass diese mission gepackt ist freunde sondern dass hier so ich hoffe nicht dass die mission wie gesagt gepackt ist das wäre sehr gemein wenn die mission gepackt wäre so dann hier und zack was ist jetzt hier haben was jetzt jetzt ist ein richtiger träger da glaube ich ja katzi oh was ist das denn schaut mal auf einer herrlich donnernden wolke aus treibstoff und flammen hebt das riesige kolonieschiff vom neu gebauten weltraumhafen ab und jagt auf seinem weg zum mars durch die atmosphäre welches schicksal erwartet die neuen kolonisten und welchen herausforderungen werden sie sich stellen müssen die zeit wird es zeigen wir haben es geschafft freude oh mein gott das ist ein raumschiff wir können endlich den mars besiedeln und einen auf elon musk machen ja dann machen wir das doch mal jawohl freude haben wir sind und oh mein gott wir haben es freunde und schaut euch diese bombe alle alles klar jawohl freude wir haben endlich diese kapition fertig gott sei dank was die hier alles noch hatten es ist schon übel aber gut freunde dann jetzt offizieller sprung ins weltraumzeit alter jetzt stürzt bitte nicht abspielen danke und mission 4 auge gottes ja auge gottes das waren ja die religiöse religiösen truppen und freunde wir sind auf dem weg in richtung malus und da bin ich mal gespannt die zeit wird knapp unsere kolonisten auf dem mars brauchen vorräte ohne ressourcen können sie die kolonie nicht aufbauen ohne ressourcen können sie nicht überleben die kolonie muss errichtet werden bevor die konkurrierenden nationen den anspruch auf alle mineralien reichen territorien erheben und der vfar nur noch einen verarmten ausgebeuteten staat zurücklassen der schlüssel zum erfolg liegt im weltraum dock es ist der rettungsanker der kolonisten die abgelegenen mongolischen steppen werden nicht durch spionagesatelliten überwacht und sollten helfen die einrichtung geheim zu halten aber wir müssen trotzdem immer wachsam sein wenn unsere gegner wie etwa die westeuropäische allianz von dieser einrichtung erfahren werden sie mit an sicherheit grenzen der wahrscheinlichkeit versuchen uns aufzuhalten und dann gibt es da noch das auge gottes der fanatismus dieser gruppe widersteht den vielen versuchen sie auszulöschen ihre anhänger können einfach nicht erkennen dass der weltraum unsere rettung darstellt und nicht unsere verdammnis selbst jetzt lauern sie in der wüste und warten nur auf eine gelegenheit dem herzen des weltraumprogramms einen schweren schlag zuzufügen falls das weltraum dock zerstört wird werden die kolonisten auf sich allein gestellt nicht lange überleben es muss verteidigt werden koste es was es wolle oha freunde ok ja wir sind tatsächlich noch auf der erde damit hätte ich jetzt nicht gerechnet aber ok freunde dann ist es halt ebenso es geht mal wieder gegen die religiösen fanatiker des augegottes und gegen westeuropa ok verwenden sie den bildschirm allianzen und tribute guck mal ob das gleich funktioniert um material zur mars kolonie zu schicken in dieser gegend gibt es viele verschiedene ressourcen die ressourcen werden in kohlenstoff raffinerien verarbeitet deshalb kommt es nicht darauf an was versteckt wird sondern lediglich auf die menge ok schützen sie das weltraum dort reparieren oder bauen sie es neu auf falls notwendig rebellen stützpunkte können erst dann eliminiert werden wenn es wenn ihre festungen zerstört ja 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 ok sie sehen es hier jetzt schon ne kleine militärbasis und das hier soll wohl der weltraum stützpunkt sein ja gut dann würde ich sagen gucken wir doch einfach mal rein in diese mission bin ich mal gespannt drittletzte mission des spiels die mongolische steppe immer noch durchstreifen normaden wie schon generationen ihrer vorfahrten diese wüste hauptsache die mongolen haben gladiatorpanzer ein trockenes feindliches land das nur die robusten menschen zu ihrem lebensraum erwählen boah guck mal der sternnimmel das sieht cool aus jetzt gerade auf den ersten blick würde man meinen es hätte sich ja es hätte sich jahrhundertelang nicht das geringste verändert oh wie geil guck mal der weltraum das ist es ist schon ironie dass ein solches symbol der geschichte asiens zum vorrouten seiner zukunft wurde es ist auch eine große ironie dass diese im staub erstickende wüste sich nicht sehr von den riesigen landmassen unterscheidet die den mars bedecken ja stimmt boah sieht das geil aus schimmernde säulen ragen in den himmel zeigen auf den entfernten roten planeten der die hoffnung einer ganzen nationen in sich bürgt es sieht geil aus freunde es ich freue mich aber noch während wir uns bereit machten in den weltraum vorzudringen blickten unsere gegner auf uns nieder und trachteten danach uns aufzuhalten wo ist davos oder was ist jetzt hier wow unsere geheime einrichtung war offensichtlich nicht so geheim raumschiffe krass boah das macht gerade das gerade cool guckt euch das an was soll das ist jetzt auch tatsächlich zum ersten mal dass ich diese einheiten sehe hätten unsere ersten puriniere damals gewusst dass ihre rettungsleine zum zeitpunkt ihres eintreffens in der neuen weltweite durchtrennt war hätten wir sie dann wohl noch den mut gehabt diese reise zu unternehmen ach das ist jetzt der mars oder was ist das jetzt der mars oha und was noch wichtiger ist können wir diese verbindung wieder herstellen um sie zu retten ist das jetzt der mars oder was geht jetzt hier ab freude wir werden 60 minuten um unseren kolonisten die ressourcen zu liefern ja kommandant okay ähm es werden 10.000 einheiten an ressourcen benötigt ja einfach irgendwas ne fertig so natürlich ja wow und wir haben wieder einiges an einheiten hier ähm schau dich das an das sieht so geil aus es sieht einfach so geil aus ähm gut wir brauchen 10.000 ressourcen es ist egal was nur die menge scheinbar oder was äh ja scheint so gut dann geht ihr bitte zur nahrung so ähm verwenden sie ok liefern sie 10.000 einheiten an ressourcen um die marskolonie zu gründen hier oben ich hoffe dass das jetzt klappt es sieht nicht gut aus oh man marskolonie wir sind schon befreundet aber wir können nicht handeln ich meine wir hätten ja schon 500 ähm 500 ressourcen aber naja wir sammeln ressourcen egal was ob es noch ein nahrungsfeld sind noch im dano zeitalter das ist interessant freunde und äh interessant ist aber auch warum wir hier wieder nicht äh diesen bildschirm hier betätigen können das ist glaube ich gerade könnte sich zu einem problem entwickeln ja doch aber gut freunde gucken wir mal ob wir diese mission hier hinkriegen so wir sind im guten nano zeitalter wir werden angegriffen was ist das wieder sind panzer so vorsicht der panzer sagt mal äh okay da müssen wir uns hier tatsächlich den weg freiräufen so macht die kaputt da unten laser panzer ja so alles klar ähm ja ich hoffe halt wir echt das masken die ich kann da gerade nichts hinschicken leider ähm müssen wir tatsächlich mal abwarten auf wir diese mission dann überhaupt technisch hier schaffen können ja auch ohne diesen blöden tribute bildschirm weil das ist ja der ist ja verbuggt bei mir wie ihr wisst na warum auch immer fertig so so dann sammelt ihr mal eure ressourcen ein so freude ähm ich fand sie 10.000 einheiten in ressourcen um ihre maskologie zu gründen okay was haben wir hier vorne guck mal militäreinheiten sehr schön und ja freunde dann hoffe ich da euch das nach wie vor gefällt das empire und ähm ja dann ist tatsächlich auch schon die folge fast voll ey meine güte es geht immer so schnell ne es geht echt immer so schnell was haben wir hier noch hier haben wir ein bisschen luftabwehr wer schießt hier schon wieder meine bürger kaputt ich warte der hat also einen spawner hier der hat also einen spawner hier ok Freunde dann das heißt die panzer müssen da runter ganz dringend Freunde ja Artillerie oh Gott wo kommt die denn her Auge Gottes ja komm du mich auch ey so kaputt machen den scheiß ja wunderbar da habe ich gerade echt wo die herkommen aber ok Freunde ähm dann würde ich einfach mal sagen wenn ich diese Folge gefallen hat dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da lasst die Glocke läuten würde ich mich sehr freuen dass ihr jetzt gerne weiter den Kanal und ja wenn ihr Bock habt irgendwie ein bisschen privat zu quatschen oder so kommt gerne auf meinen Discord Server da links in der Beschreibung und ja dann würde ich sagen wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder schönen Tag ne tschüss tschüss